Hallo zusammen und willkommen. Der Winter hat sich gerade erst von uns verabschiedet, die Luft fühlt sich wohlig warm an und es gibt einen ersten Eindruck des bevorstehenden Sommers. Die Vorfreude steigt und die Winterklamotten werden tief in den Keller verstaut. Doch noch immer lauern kalte Winde, wechselhaftes Klima und stürmische Tage. Und genauso heimtückisch, wie das Wetter im Frühling ist, sind auch die mit sich bringenden Krankheiten. Grippale Infekte und Erkältung sind keine Seltenheit in dieser unbeständigen Jahreszeit und werden in nicht seltenen Fällen mit Antibiotika behandelt. Seien es Blasen- oder Mandelentzündungen, man kommt um ein Antibiotika nicht drumrum und oft sind diese Antibiotika auch das Einzige, was dann noch hilft. Doch es gibt sie, die homöopathischen und alternativen Mittel, die dich bei der Genesung unterstützen können. Das neue Wundermittel und sogenanntes Hyperantibiotikum nennt sich Kurkuma und Honig. Auch bekannt als Golden Honey werden diesen beiden Zutaten besondere Eigenschaften zugesagt, die gerade in Kombination ihre volle Wirkung entfalten. Kurkuma mit Honig, diese Zutaten vermutet man eher in leckeren asiatischen und indischen Gerichten und doch stellen gerade diese beiden Komponenten in Kombination den besten Killer gegen Bakterien dar. Welche Besonderheiten hinter den vermutlich eher einfachen Komponenten stecken und wie sie wirken, erfährst du im heutigen Video. Viel Spaß! Stellen wir uns also zunächst die Frage, wie wirken Kurkuma und Honig? Die Wirkung von Kurkuma und seine besonderen Eigenschaften sind schon seit langem bekannt und doch findet sich die Anwendung eher in der ayurvedischen Medizin. Das gelbe Pulver wird aus der Knolle der Kurkuma-Pflanze gewonnen und erhält seine typisch gelbe Farbe durch das darin enthaltene Kurkumin. Daher wird Kurkuma in einigen Ländern und auch bei uns als Farbmittel eingesetzt und gibt der Würzmischung Curry seine typisch gelbe Farbe. Sogar die Mönchskleidung, die du so aus einigen Ländern kennst, wird mit Kurkuma eingefärbt. Kurkuma zählt zu den Ingwergewächsen und hat ebenso wie der Ingwer besondere Eigenschaften. Nicht umsonst wird Kurkuma gerne auch betitelt als Gewürz des Lebens oder Zauberknolle. Seine Heimat findet dieses knollige Gewürz im südlichen asiatischen Raum, wobei nicht genau geklärt wurde, wo der tatsächliche Ursprung liegt. Heutzutage wird Kurkuma in den tropischen Regionen Asiens kultiviert. Die Kurkuma-Staude kann bis zu einen Meter hoch werden, doch die Wunderwaffe liegt tief in der Erde. Dort befindet sich nämlich die gelbe Knolle der Staude, welche nach dem Ernten einige Tage getrocknet werden muss, um sie anschließend zu feinen Pulver zu zermahlen. Doch was macht das gelbe Pulver so besonders? Nun, durch die Aufnahme von Kurkuma wird beispielsweise eine vermehrte Bildung von Magensäure erzeugt, was bei bestimmten Krankheiten schon sehr hilfreich sein kann. Doch der wahre Held steckt im Kurkumin. Dieses ist in natürlicher Form und in reichlichen Mengen in der Knolle enthalten. Kurkumin wirkt antioxidativ, antimikrobiell und entzündungshemmend. Einige Studien belegen außerdem, dass Kurkumin und somit auch Kurkuma schmerzlindernd wirkt und die Freisetzung von Entzündungsmediatoren verhindern kann. Die Antioxidantien haben eine ähnliche Wirkung wie Vitamin C und E und verhindern, dass freie Radikale gebildet werden. Diese freien Radikale versetzen unsere Zellen in Stress und können somit Gewebe schädigen oder andere Krankheiten wie Krebs auslösen. Doch noch immer gilt Kurkuma als Lebensmittel und nicht als Medikation, da die meisten Studien, die die Wirkung der Knolle belegen, in Reagenzgläsern oder an Tieren gemacht wurden. Außerdem müsste man das Kurkuma in erheblichen Mengen zu sich nehmen, um die in den Studien erreichte Wirkung zu erzielen. Doch die Erfahrungshallkunde belegt, dass auch schon kleinere Mengen an Kurkuma einen positiven Effekt auf unseren Organismus hat. Auch Honig gilt seit jeher als medizinisches Wundermittel. Als Kind kannte man die Wirkung von Honig als kleine Einschlafwürfe vermischt mit Milch und auch Kleopratar war sich der tollen Wirkung des Honigs bewusst. Das süße, klebrige Lebensmittel gilt in der homeopathischen Medizin als Allzweckmittel gegen Entzündungen und bakterielle Infektionen. Durch die Einnahme von Honig kann die antibakterielle und antimikotische Wirkung bei einigen entzündlichen Prozessen im Körper ihren Dienst leisten. Bei Hautproblemen, Magen-Darm-Beschwerden und Pilzinfektionen ist Honig ein wahres Wundermittel. Weiterhin unterstützt die im Honig enthaltenen Antioxidantien wie Polyphenole und Flavonoide bei der Verhinderung der Freisetzung freier Radikale. Der Honig überzeugt außerdem noch durch seinen hohen Gehalt an Zucker. Dieser Zucker entzieht bei einer bakteriellen Infektion den Bakterien das Wasser, ohne welches sie nicht überleben können. Honig enthält außerdem jede Menge Wasserstoffperoxid, ein natürliches Bleichmittel, das aus Enzymen gebildet wird, die sich im Honig befinden. Dieses sorgt dafür, dass die Bakterien direkt angegriffen werden und so keinen Bakterienfilm bilden können. Die Bakterien werden abgetötet und schlimmere Beschwerden einer Krankheiten werden vermieden. Neben der antibakteriellen Wirkung kann das von den Bienen erzeugte Produkt auch noch antiseptisch, stärkend, beruhigend, abführend und hantreibend wirken. Natürlich hat der hohe Zuckergehalt im Honig auch eine präbiotische Wirkung. Die gesundheitsfördernden Darmbakterien ernähren sich von dem Zucker. Weiterhin liefern die im Honig enthaltenen Mineralien, Vitamine und Aminosäuren den Bakterien eine gute Nahrungsquelle, sodass sie sich schneller vermehren können und zu einer gesunden Darmflora beitragen. Wie aber nun wirken Honig und Kurkuma zusammen? Die Wirkung der beiden Wundermitteln einzeln sind wie eben beschrieben altbekannt. Und auch gemeinsam erleben sie einen Trend, der immer mehr Menschen dazu bewegt, diese zwei Zusagen miteinander auszuprobieren. Und an diesem Trend ist etwas dran, denn häufig kann durch die Einnahme eine gerade beginnende Erkältung verhindert werden. Wie sich die Wirkung entfaltet, wenn man Honig und Kurkuma gemeinsam einnimmt, darüber rätseln Forscher heute noch. Es ist also nicht wissenschaftlich bekannt, warum gerade Honig und Kurkuma antibiotisch wirken und sich gezielt gegen Viren und Bakterien einsetzen lassen. Dennoch kann man das goldene Wunder gerne ausprobieren, denn mehr als sich positiv auf den Körper auswirken, kann der goldene Honig ja nicht. Bei welchen Beschwerden kann Kurkuma und Honig helfen? Nun werden Honig und Kurkuma vermischt, verstärken sich die entzündungshemmenden Eigenschaften der einzelnen Komponenten und wirken so also optimal gegen beispielsweise Herpes. Eine noch effektivere Wirkung hat die Mischung bei Grippen und grippalen Infekten. Die Bakterien, die den Infekt auslösen, werden abgetötet und ihre Vermehrung eingeheimst. Auch gegen kleinere Wunden, Hauterkrankungen und Verdauungsbeschwerden hilft diese Rezeptur. Ob Kurkuma und Honig gegen schwerwiegende Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs wirken kann, sei einmal dahingestellt, aber eine negative Wirkung wurden ebenfalls nicht bewiesen. Während chemische Antibiotika die Darmflora zunehmend schwächen, kann dieses natürliche Antibiotika ebenfalls eher präbiotisch wirken. Wie nun aber soll man Kurkuma und Honig einnehmen? Die Mischung des gelben Kurkumas und dem flüssigen Honig wird häufig auch als goldener Honig benannt. Dieser goldene Honig hat die besten Eigenschaften, wenn man sie in folgendem Verhältnis von Honig und Kurkuma herstellt. Du benötigst 100 Gramm Honig und 15 Gramm Kurkuma in Pulverform. Honig und Kurkuma werden so lange miteinander vermischt, bis eine homogene, geschmeidige Masse entsteht. In einem Schraubglas kann das nun entstandene natürliche Antibiotikum bei Zimmertemperatur gelagert werden. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollte der goldene Honig wie folgt dosiert werden. Am ersten Tag, der ersten Anzeichen eines Gripphahninfektes, sollte jede Stunde ein halber Teelöffel eingenommen werden. Dabei sollte der Honig im Mund behalten und so lange aufgelöst werden. In den folgenden Tagen kann die Dosis dann auf einen halben Teelöffel alle zwei Stunden verringert werden. Wer den puren Geschmack des Honigs nicht mag oder wem die Mischung zu süß ist, der kann das Ganze auch in einem Glas Wasser verdünnen und als Getränk einnehmen. Die Wirkstoffe bleiben immer noch enthalten. Um die größten Wirkungen zu erzielen, sollte der Honig in bestmöglicher Qualität gekauft werden. Dazu kannst du am besten bei einem Imker in deiner Region nachfragen oder in diversen Biomärkten einen qualitativ hochwertigen Honig kaufen. Der Honig sollte kaltgeschleudert und unbehandelt sein. Beim Kauf des Kurkumas wird außerdem empfohlen, sich in Reformhäusern umzuschauen oder ihn direkt bei vertrauenswürdigen Händlern zu besorgen. Häufig wird das im Supermarkt zu kaufende Pulver gestreckt und kann so nicht seine volle Wirkung entfalten. Kommen wir nun zu der Frage, wann wird von einer Kurkuma-Honigkur abgeraten? Da das im Kurkuma enthaltene Kurkumin zur Kontraktion der Gallenblase führen kann, sollte dieses Honigantibiotikum nicht im Falle einer Gallenentzündung eingenommen werden. Außerdem wird davon abgeraten, Kurkuma zu konsumieren, wenn du an Magengeschwören oder Nierenbeschwerden leidest. Auch entstehen Wechselwirkungen des Kurkumas mit folgenden Medikamenten. Dazu gehören Entzündungshemmer, Blutdrucksenker, Cholesterinsenker und Medikamente für das blutbildende System. Im Zweifelsfall sollte man aber wie bei allen Hausmittelchen am besten einen Arzt zurate ziehen, um seine Gesundheit nicht zu gefährden oder gerade bei der Einnahme von anderen Medikamenten keine Wechselwirkung zu erzielen. Weiterhin ist Honig für Säuglinge unter 12 Monaten tabu, da im Honig enthaltene Sporen bei Babys ein muskellebendes Gift produzieren können, da die Darmflora noch nicht ausgereift ist, um dies zu verhindern. Unbehandelt führt dies zu Lähmungen, Atemausfall und im schlimmsten Fall sogar zum Tod. Du fragst dich vielleicht, sollte ich den goldenen Honig testen? Bei der nächsten drohenden Grippe sollte der erste Gang vielleicht also erstmal ins Reformhaus gehen, um die Wirkung des goldenen Honig selbst einmal auszuprobieren. Wenn der Grippalinfekt doch ausbricht oder das Hausmittel nicht die gewünschte Wirkung erzielt, kann ja noch immer auf die konventionellen medizinischen Produkte zurückgegriffen werden. Doch in den meisten Fällen reichen die uns von der Natur gegebenen Pflanzen und Produkte aus, um uns vor diversen Krankheiten zu schützen. Durch den Konsum von Honig werden natürlich keine Bienen bewusst getötet oder kommen zu Schaden. Dennoch sollte der Konsum von Honig bewusst erfolgen. Mit jedem Glas Honig begehen wir nämlich einen Raub, stehlen den Bienen ihre wertvolle Nahrung und zwingen sie daher quasi automatisch mehr zu arbeiten. Daher sollte genau darauf geachtet werden, woher der Honig kommt, wie die Bienen behandelt werden und wie viel man daher selbst davon essen möchte. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.